die sind mir gerade fast verbrannt also du hast auf jeden fall gute wenn dir so eine dinge die man in den toaster schmeißt mein kollega hat zu ihm gekriegt wasser zum anbrennen wasser? ja wasser zum anbrennen ja das wasser hat gebrannt hat wasser aufgesetzt für kartoffeln, kartoffeln waren noch nicht drin und irgendwo wurde schwarz blümchen hat ja jetzt den carry service angemacht ich geh A ich Mitte dann bin ich alleine auf A hä? was ist denn jetzt los hier? ok kannst du mich da boosten? du hast hier ins secret ja also springen musst du schon alleine ne das sieht irgendwie bisher nach B aus hat jemand die Mitte im blick? ja Mitte ich verschiebe mal ich verschiebe mal wait sind die noch nicht mal raus? ne hey er rostet die noch nicht oh vielleicht oh klick klick apps drei Leute noch in den apps wow ein am van eskaliert oder was ein am van ich hab die alle angehütet ich hab nur eine selbst angemacht bei allen anderen an blume du maschine ja sag doch sie hat jetzt den carry boosting service an hier ich hab den boosting service an ja ich hab hier drei assist ja aber sie hat dreimal vollstreckt mini 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 weißt du was auch das angenehme ist? wenn blümchen am essen ist scheint sie nicht nur besser zu spielen sondern sie ist auch ruhig ja irgendwie ja irgendwie genau smoke und das afk tschüss afk? die sind schon auf A B B B B B hier oder da 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 das blümchen räumt auf ja der hat ja sein billigster weg an der waffe zu kommen wow ah das war mein ace ich hab keine einzige Kube tut mir leid das war mein ace sagt sie eiskalt ja blümchen geht scharf jetzt nein eine eiskalt instant energy ist das für sie vielleicht solltest du immer essen wenn du dann so abgehst ja mach mich auch auf den finger auf den finger auf den finger zu gierig oder was ich hab zu mir verstanden so ich geh immer auf Eier ja ich hab auch keine Lust mehr das war fies hallo das war mein ace wer hat mir das ace geklaut tut mir leid ich hab wieder der last nein das ist okay nein ich hab keinen Ketchup mehr äh okay ähm hier Dings wie heißt du Star Wars gehst du da in die Mitte? das ist ein hoher das ist ein hoher das ist ein hoher ja aber du hast einen Autotacker nicht gewünscht damit die Gegner noch eine Chance hast gehst du halt in die Mitte weil die Gegner um UMP haben die keine Chance nicht gewünscht ich glaub die im Palace haben nicht damit gerechnet dass ich da rein ne glaub ich auch ich glaube die trauen sich mitte nicht rein A trauen sich auch nicht mehr und auf B ist das Blümchen die wissen nicht was sie tun sollen ja B ist ja einer ja da sind Stats ja schmeckt lecker warum tust du das Lars? ne ist langweilig ach so cool äh der Underpath ist einer Mitte auch einer von euch muss andere festmachen chillt der immer noch oben Mitte? der oben Mitte ist tot roger roger ne scheiße oh oh einer Palace hat noch 17 bombe ist action oder wahr? oh die Bombe habe ich nicht geklappt er kommt von B er kommt von B B Short oder so ich lef mir mal die Auto bitte die liegt im window da lag aber er ist Underpath dran glaube ich Underpath sogar Short ich habe dich ich habe dich ich habe dich ich habe dich ich leck dich mal Richtung links rum ne? ja dankeschön Im Blümchen. Hermann hat so viel Geld und kein Death Kit. Und man muss Prioritäten setzen. Ich lasse sie einfach nicht planten. Ups. Er ist laut Mitte 30. Autosniper das Duell da verloren? Mhm. Er kam nicht schnell genug wieder rein. Hat hier glaub einer abgeschmatzt? Dann der Pass. Ich hab Angst. Muaah. Noch einer Action. Pass auf Blümchen, ja genau. Anna kommt Connector. Shoot ihn. Nein! Nein! Anna! Ja! Und hier stirbt Grün. Ist er tot? No! Er kommt noch. Ja stimmt, ich esse nicht mehr. Alter ist das dein Ernst? Lass ihn doch! Mach doch! Nein! Nein! Nicht beleidigen werden. Das ist nicht unser Strehl. Die Bombe ist auf B. Oh fuck man. Das ist okay. Hol dir doch noch ne Autotacker oder sowas aus dem Jungle. Wenn die da noch liegt. Oder ne M4 oder so. Dann geh ich jetzt in der Mitte und du... Ne? Oder? Dann soll ich dir eine Autotacker anmölen? Ich geh jetzt wieder an. Ich kann mir selber... Ich kann mir nicht selber anmölen. Ich kann mir nicht selber anmölen. Aber ist egal. Ich nehm dann wieder in der Mitte, ne? Okay. Ich smoken zurück. Palast. Scope. Autosnapper Palace. Und Abel Palace. Und Abel Palace. Und Abel Palace. Schauen sich da drücken nicht mal auf B. Wo haben die eigentlich die Autosnapper her? Geklaut. Wer spielt den Autosnapper? Wer ist denn so doof? Nice. Ach kommt! Connector. Wow. Gut gemacht, Lars. Jetzt müsste Palace sein auf jeden Fall. Ja. Wow. Wow. Das war gut. Nicht schreien! Nicht schreien. Oh nein. Die sind draußen draußen draußen. Wo ist der? Jackie Blümchen! Tisper! Ja. Ja. Das hast du deinen Ace. Nee, nee. Mach nur. Oder lass ihn... Lass ihn... Das war ja ernst. Action, 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 Action. Andere Action auf uns. Ja. Erinnerst du, dass er über ein Dings jetzt kommt? Da war er halt nur. Er kommt. Nein! LoL! Ja! Ja! Jawohl! Vor allem, er wusste es einfach nicht. Endlich macht mal einer einen Ace, ne? Aber das stand nicht, dass du einen Ace gemacht hast. Ich hab aber alle getötet. Okay. Ja, aber ich hab alle getötet. Ja, ich sehe jetzt irgendwie keiner mehr. Jetzt... Ja, die haben Angst vor B. Kannst du die Traum auf einmal ein bisschen weiter vorne reinwerfen? Mach doch selber. Nö. Da ist eine Flash in der Mitte geworfen worden. Da ist auch ein Gegner. Gewesen. Da ist noch einer. Ah, Ramp ist soweit. Nix. Wo ist denn der in der Mitte hin? Ja, okay, nee. Vielleicht... Oh, einer auf A. Wo denn? Unten Action noch. Der war aber noch hinten, ne? Fuck, wo? Mitte natürlich. Ah, wo ist denn hier das Loch? Sehr schön. Sehr schön. Irgendwie habe ich immer Pech, dass ich die ganze Zeit von der Seite oder von hinten oder irgendwo weggemacht wäre. Weggemacht? Ja, weggemacht. Hm, schön weggemacht, ihr Alde. Ist das bei euch so auch Umgangssprache für Ficken oder...? Kinderabends. Wen meinst du? Dich? Ja. Wegmachen? Ja, klar. Wegflexen? Ja, wegflexen. Den Latsbuttern? Schön wegschreddern. So. Einer Tetris. Sandwich. Ja, super. Mikro ausgemacht. Bombay, Bombay down. Ja, die liegt da Palace, ne? Einer Sandwich noch. Ist denn jetzt so... Dungle muss einer von hinten für mich decken. Dann guck ich jetzt A aufbauen. Deck der Sandwich. Ja, ich weiß ja, ob der jetzt schon zum Spot wieder weitergegangen ist. Einer könnte zu über CT-Spawn gelaufen sein, glaub ich. Nein, der ist nicht mehr. Ach, ist das sehen, nur noch einer. Action, action, action. Ja, lass den doch. Der hat Action. Set den aus. Der ist weg. Ah! Disconnected. Hä? Oh no! Ist bei euch der TS auch abgeschwirt? Ja. Es ist noch da. Ja, für mich aber nicht. Für mich auch nicht. Vielleicht geht's ja gleich wieder. Jetzt geht's! Ja. Ach so, okay. Hä? Faszinierend. Was? Teamspeak ist heute praktisch. Okay, TS geht wieder. Warum? Kann auch gleich mal jemand fast droppen. Ich dachte halt gerade, dass ich einen Timeout hab, weil ich ja noch angefangen hab zu legen, ne? Ach so. Nein! Naja, du bist ein Biest heute. Naja, das ist das erste Spiel, wo ich überhaupt abgehe. An der AWP bist du ein Biest. Oh oh. Da geh ich nicht mehr hin. Also Mitte ist noch einer, aber ich kann das jetzt nicht mit mir verantworten. Warum? Weil ich einmal getroffen wurde und der die bessere Positionen hat. Wo ist denn der? Äh, Mitte oben war der. Ja, der ist jetzt hinter den Kisten. LOL! Wo ist denn der? Und wo ist der Rest? Ja, Blümchen. Ich hatte Molli-Felster den. Fax. Äh, auf Law irgendwo? Ja, der ist extra. Wo ist das Loch? Ich hab ein Deja Vu. Und den? Böööer oder? Alter, oder? Schon wieder?! Genau das meine ich. Ich werd nur noch so getötet momentan. Die gehen auf B. Alter Attacker. Ich glaub der hat nen Alter. Ja. Ja? Ich bin Profi, also... Nein! Nein! Weißt du ja, die müssen doch jetzt eigentlich mal die Bombe beblenden. Ich dropp jemanden M4 oder so, wer will, leider noch nicht. Ich wollte na... Hast du das so, deronischer Dämpfer? Ne, ich hab die mit. Ne, die will ich nicht. Ich hab meine Waffe mal gebraucht. Da gibt's was geschenkt und dann ist es noch nicht blöd. Die Blume. Oha, den hab ich ins Bein geschossen. Ah, und durch die Wand im Korb, jawoll! 2 B, 2, noch eine B. Magst du denn auch mal drüben lassen? Ich kann gar nicht aufm Feier sein. Okay. Ich seh auch um mich als Sack. Keder. Ich bin B im Store. Ah... Einer, der Pass kommt Mitte. Komm Mitte. Das freut mich. Oh, Mann! Jetzt werd ich wieder von der Seite geholt! Ohohohohohoho! Ihr kennt mich mal! Scheiße Map. Hat nichts mit der Map zu tun. Ich bin jetzt mal drüben. 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 Hm. Eko, so wie's aussieht, oder? Ja. Oh, okay! Hoop! Gut, dann mach ich jetzt auch ne Eko mit. ich hab langsam blüht mit einem Andy wollte eine P90 haben, aber ich hab kein Geld mehr Ups Underpath haben wir einen, die Bombe ist down for... Ja, wir haben die Bombe hier Ich komm über Underpath, ja? Okay Also ich checke jetzt nur Richtung... Vielleicht kann ich noch einen von hinten absnacken Einer kommt noch über den Connector Mindestens einer Das war der letzte dann, ne? Es kann nur noch einer sein Wow, noch 5, 5 Geht, ist es der's Nice Oh, ich liebe diese AK Ich bin hier so schön Ähm, warte mal Hier links kommt's höchst ne AK, dann hol ich mir ne AWP Einer von euch Okay, machen wir einfach so So Move it, move it Now we're getting stuck right at them Laying down smoke Grenade Incentuary out Throwing fire Hörts irgendwie eher nach B an Hörts irgendwie eher nach B an Mhm, habts bisher nicht zu viel, aber auch keine Steps Ich geh mal von stairs runter Na hi, ist was immer wieder machst Hopp, 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 hopp Und der ist tot Wo liegt die Bombe? Heiß, Mann Oh, einer von Underpass Ja, hier ist noch einer Hier ist noch einer Da kommen die Treppen hoch Bei Underpass Die Bomben, das sind Apps oder was? Ja, ja Das war übrigens so befriedigend, dass ich mal einem von hinten einfach in den Kopf schießen konnte In der Runde davor Das war so Das war so Befriedigung pur einfach nur Balsam für die Seele, ja So Oh, schon wieder ins Bein Und weg Pallast Verschiebe von Mitte Ja, unter dem ist auch einer Ah No, das ist nicht einfach Und das ist auch Von der Sonnenkrieg sofort nen Headshot Der Team lag noch ein Der Team lag noch Ich glaub hier EBS war noch einer Ja, das waren zwei EBS Also das Letzte sein allerdings muss auf ob die an der ps vor allem haben wir die bombe war er steht mitte der kommt connector aus die trommel was die sie das ist schlimm es tut man wenig wenig wir meckern halt nur gerne oh fuck der war vorbei alter ich hasse ist es in zwei mitte es kann sein dass die connector kommt der ist dahinter diesen treckigen kemper eck auf mitte wo sorry für die flash ja und dank fürs killen kein problem was soll denn sein ist eigentlich einer bei short bei mittels gedeckt wo er war auf diesen komischen boxen da ja naja ja ok auf a nein nein mein abhänger high five das wird zu haben blau ok wm ak nein let's go fellers 0 0 wieder a step a step palace 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 japan apps kommt vor wahrscheinlich in der negativ auf a sind noch steps ja war nur der eine bomb ist a in schlaß ninja in diesem ninja eck irgendwo ja oben auf dem balkon überall ganz hinten in der ecke die überlegen von dir ja alle drei rechts aus haben wir was damit ber перем Das ist echt nicht meine Runde so, aber es ist irgendwie mega witzig. Du hast die letzte oder die erste Runde, die wir gezockt haben, gekriegt. Komm, wir machen den Bastel, wir machen den Bastel. Dom geht A, Rest geht B. Okay. Okay? Los, geh. Ja, ich hab was getrunken, sorry. Ich muss es nicht, wir jetzt gewinnen dran. Rashmi, all, all, don't stop. Smoked down? Oh, ich liebe dich! Alter, das ist keiner auf B, ist ja räulig. Ja, aber... Au! Ja, B ist Sicherheitsblenden. Ah, da ist noch einer! Hinter dir, hinter dir! Ja, da. Bin halt auch vorbeigesandet. So, jetzt A gehen, jetzt A gehen, ja. Oh, ich hab ohne Diegel! Liebe Diegel! Die Tactics! Ja, das ist der Basti. Das... Das ist der Basti, ja. Connector kommt. Wow! Ja, der CT, 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 der kommt angeflitzt. Fuck! Ich darf ja sowieso nicht mehr. Du hättest aber auch immer wieder schießen können. Ja, der stimmt nicht. Ja, der stimmt nicht. Jasmin! Ja? Hinter dir! Oh! Oh, oh! Ich hab heute das mit dir gebrochen. Ich hab heute das mit dir gebrochen. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Weißt du was? Fuck you. Das ist ein Zulater. Ich wollte gar nicht lang. Was? Is war grade echt dele. Echt. Oh, kann es sein, dass du... Du mit! Okay, nee kann das sein. Danke! Was? Naain! Doch! Wir haben meine McThean weggeworfen . Ich muss mich anders hinsetzen, wir tun schon die Beine. Diegel! Das ist also so nett. Marc, Mette, Mette. Die war gut. Seid mal kurz ruhig. Mette Menschen! Ich glaube, die sind gesagten. Du magst Mette-Menschen? Achso, ich habe die Bombe gar nicht. Das erklärt, warum da nichts passiert, wenn ich 5 drücke. Einer ist noch CT-spawn. Der ist los. Ja, letzter Palace oben. Auf dem Holz. Bevor er sich zur Bombe beamed und defused, so war ich die Grunde. Warum lebt der noch? Oh Alter, der wollte tasen. Der Taser! Der Taser! Der Taser! Der Taser! Der Taser! Hier, guck mal Blümchen, das ist doch eine schöne Pistole. Was? Ja, die kennen ich schon, die finde ich auch voll cool. Lass mal liegen. Ist die Bananenock? Lass mal nicht schnell. Acht mal Video. Oh! Was passiert hier? Der hat mir meine Bananen geklaut. Das macht man jetzt... Das sind nur noch... Das ist okay, ich hol mir die jetzt aus seinen toten Händen. Nur noch drei Gegner. Oh, die Kartell ist gar nicht so schlecht. Gut. Ich mach damit jetzt auch einen Kill. Oh, der hat schon Hits gefressen. Äh, Jungle Jungle. Du hast ja mal einen Schlaffer zu ranken. Das geht auf YouTube. Das geht auf YouTube.